Und desto öfter du den Namen benutzt, kannst du den Geist sauer machen. Warte ich mal Strom an. Jungs, bleib kurz hier. James Garcia, James Garcia, James Garcia. Du wirst... Okay, Soldat. Das sind ihre Ziele. Wir müssen mit dem kurzen Fix den Geist heimsuchen. Wir müssen den Geist heimsuchen. Hahaha. Wie seht ihr ein und zwei? Kommt der Timer ab. Ich mal. Raucherstilchen. Oh Jesus. Ja, Zigarette, gut. Jetzt habt ihr noch große Klappe, ey. Gleich schön rein, so wie Mädchen rennen wir aus. Was ist das für Kamera? Okay, warte mal. Ich hab irgendwas Weißes noch dabei. Ohne Flachs, was ist denn das? Äh, Räucherstäbchen wahrscheinlich. Ach, das sind die Raucherstäbchen. Alter, hier ist kaum Unterschied zwischen Laufen und Gehen. Oh mein Gott. Ah ja, perfekt. Ey Leute, da ist, glaub ich, irgendwas auf der Treppe gelaufen. Wo seid ihr? Gottes Willen. Komm, wir hören auf mit dem Spiel. Ich hab dieses Radio dabei, ich laber mal ein bisschen. Wie heißt der jetzt? Jack? Für euch, das was wir jetzt hier alles babbeln, das kriegt der Geist auch alles mit. Ja, nur so zu. Geist, wir haben echt das gar nicht so gemeint, wenn ich ehrlich bin. Also du kannst dich an das WeChat-Pret mit links klicken, kannst du das aktivieren. Oh ja. Und dann kannst du den Geist zum Beispiel fragen, wie alt der ist oder so. Äh, Steven Jackson, wie alt bist du? Er hat mich verscheißert. Steven Jackson. Oh Gott. Oh Gott. Habt ihr es gehört? Alle so. Wo? Klausitz, please. Steven Jackson, schlag uns bitte nicht. Er ist bei uns, er ist bei uns. Echt jetzt? Ey, das hat sich bewegt. Das Ding bewegt sich. Okay, warte, er ist null. Steven Jackson, wie alt bist du? Achso, warte, ich muss es so ingame. Steven Jackson, bist du friedlich? Bist du friedlich? Ich glaub, der ist taub, der Kerl. Steven Jackson, bist du hier? Bitte antworte. Also der versteht auf jeden Fall Deutsch, oder? Nicht, dass es ein Franzose ist oder sowas. Hey, Nasty, ohne Flachs, wo bist du? Ich bin doch enttäuscht irgendwo. Ich hab keine Tassen. Nasty, hier. Nasty. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ich würde mal hier. Leute. Hinter euch. Der ist echt hinter euch. Da steht er. Oh Gott, das will was machen wir jetzt. Steven, kannst du bitte weggehen, danke. Unsichtbar, das ist geil. Da, im Eck. Im Eck. Steven Jackson, bist du hier? Der ist auf jeden Fall hier, ich schwör. Die Tür ist zu. Oh nein. Du ziehst. Du musst ziehen. Du ziehst. Du musst ziehen. Oh Gott, Alter, schnell. Ja. Ich hab null Prozent hier. Ja. Ich hab nur noch 30. Ähm, Nasty und Sascha, ihr geht nochmal rein. Und, äh. Dafür brauch ich die UV-Lampe. Versperren. Versperren. Alter. Das eine Bild ist echt close. Junge, Junge. Also. Wieder mal ganz verreden. Beide beweisen. Guck mal, der Sound des Films. In Panik. In Panik. Please. No. Und du guckst bitte hier ab und zu mal auf den, auf den Bildschirm. Ähm. Und guckst, wie viel Prozent wir noch haben. Weil ich bin der Nächste, der wahrscheinlich runter geht. Und wenn ich fast auf null bin, killt er mich halt. Ich hab mich jetzt gemutet im Teamspeak, dass er mich nicht hören würde. Ich hab mich jetzt gemutet im Teamspeak, dass er mich nicht hören würde. Foto machen. Foto machen. Ja, warte. Ich mach was Speckness. Ähm. Wie alt bist du? Oh Gott. Digger. Ey, wer ist das? Das ist der Jan, alter ey. Hä, was? Das ist der Jan, alter ey. Was ist der Jan? Guck mal, wie viel Dings ich... Oh, das ist null. Komm raus. Du hast null. Die Tür geht nicht auf. Geh weg von der Tür. Jan, mach die Tür auf. Okay. Ich komm. Ich komm. Wie krieg ich die Tür auf? Wie? Dann geht, geht mal von der Tür weg. Ich glaub, ihr stuckt die. Äh, die ist abgeschlossen. Ohne Flax. Die ist abgeschlossen. Äh, guck mal. Ich kann einfach durchlaufen. Wait a minute. Ihr seid die Geister. Wir haben doch einen Knochen fotografiert. Warum steht der Knochenbeweis null? Hä? Ey, Mann, Alter. Wir haben keinen Film in der Kamera gehabt. Ah, classic. Eine kurze Verschnaufpause, denn das aktuelle Giveaway ist mit dem heutigen Tag zu Ende. Und der Gewinner kann angesagt werden. Es ist Break. Break X. Du musst jetzt nur noch unter dieses Video schreiben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann geht das Teil an dich raus. Also bis gleich in den Kommentaren. Du musst mit dem kommunizieren. Aber wir brauchen keinen. Oh, for fuck, thanks. Dann geb ich's Jan. Jan, du brauchst doch sowieso für YouTube. Hier, geh telefonieren. Take you. Take you. Du musst alleine sein. Du machst das jetzt alleine. Ich hab dir dich da ausgemacht. Also wir gehen jetzt alle raus. Ich leg dir das Brett hier auf dem Boot. Warte, warte. Was meint ihr mit raus? Ja, nö. Du musst jetzt mit der reden. Wir müssen jetzt aber auch ein bisschen leise sein. Okay, okay. Achtung, los geht's. Wieder mal Bettina. Bettina Rodriguez. Betty Martinez. Ah, Betty... Okay. Ich fang an. Betty Martinez. Bist du da? Oh Gott, hier knackt's rum. Ich scheiß mich gleich ein. Betty... Oh Gott, hier raucht's hier? Das Licht ist einfach. Mach mal das Licht aus. Was sind wir denn? Wer ist das denn? Der Jan hat noch 2% Hirn, Alter. Mach dich da raus. Wer? Ich? Ja. Jungs, wo ist die scheiß Haustür? Ich war auch noch im Haus. Also... Du musst dich auch aus dem Haus rauchen. Ach, fuck. Sorry. Also wisst ihr was, Nasty? Ich geb dir einfach mal dieses Sprechteil. Hahaha. Oh Gott, hier knackt's rum. Oh, 0%! Scrappy, 0%! Run, dude! Einfach durchlaufen. Nein, die Tür ist durchlaufen. Ich muss mich verstecken. Sie ist abgeschlossen. Falls sie dich jagt... Ja? Mach ein Foto. Falls sie dich jagt... Mach ein Foto. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein! Dann komm mal raus. Kann ich nicht. Sie hat mich gekehrt. Ja, ich bin tot. Warte, warte, warte! Here we go again. Alter, Nasty! Das war der Geist. Das war der Geist. Ging's eben im Keller so. Hahaha. Ich will dich unruhigen, Leute. Aber ich hab mir die Hose gestellt. Ich nehm diesmal... Ah, ich kann die Kamera mitnehmen. Warte kurz. Sind da jetzt Fil... Oh fuck. Ich will mir gleich mal die Treppe angucken. Meine Spermalampe liegt da oben. Sandra, bist du hier? Hinter uns, hinter uns ist das... What? Wo ist die, wo ist die? Im Türrahmen. Im Türrahmen. Alter, ja, ich seh's, ich seh's. Bist du freundlich? In der Tür, sie ist da. Oh Jesus Christ. Echt jetzt? Ja, die jagt uns. Wenn deine Taschenlampe blinkt und das Licht alles, dann befolgt die uns. Oh Gott. Oh Gott. Nasty, komm, nach links. Die war direkt bei mir. Nasty, ich mach einfach mal die Tür zu. Oh mein Gott. Einfach die hässliche. Machschalla, die hässliche. Also, es gibt nur Jorai, ne? Ja. Okay, ja, dann legen wir los. Alter, 60 Dollar. Das rennen. Parra, parra. Also, ich hab mir grad beim Rauchen ein bisschen geguckt. Wir sollten den Namen nicht mehr so oft benutzen. Und wenn wir Fragen stellen, auch einfach nur die Fragen stellen. Echt? Weil anscheinend, wenn du, desto öfter du den Namen benutzt, kannst du den Geist sauer machen. Wer ist dann der? James Garcia. James Garcia. James Garcia. Okay, ich bin raus. James Garcia. James. Zeig dich, du Wicht. James. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum sagst du deinen Namen? Oh mein Gott, er hat einen scheiß Hackbeil. Da, in der Tür. Guck mal. Oh. Oh, oh, oh. Ah, du, der ist sehr schnell. James Garcia. Ich bin nicht der Rest. Strom, warte, ich mach Strom, Mann. Jungs, bleibt kurz hier. James Garcia, James Garcia, James Garcia. Wie heißt denn der Kerl eigentlich? Ah, ich guck mal kurz. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal, Jungs. Das ist egal. Lass erstmal den Raum bringen. Direkt erstmal trinkern. Also es geht hier um Patricia Martinez. Patricia Martinez heißt sie, ja. Patricia Martinez heißt die? Okay, warte, ich stell mich jetzt hier hin und ruf sie einfach mal, okay? Ja, du musst alleine rumlaufen. Ja, geht ihr mal ein Stück weg. Ja, warte, ich leg dir mal den Geigerzähler hier rein, damit du siehst, ob die vielleicht da ist. Ich leg dir den auf den Tisch. Jo, mach den mal hier hin. Ich werde einfach hier in der Ecke stehen oder da. Ich piepst der dann, wenn die kommen? Ja, der piepst. Der geht an. Ich quack sie an. Ein Grad. Ein Grad, Digga. Oh, es geht los. Hast du die Kamera direkt an? Hast du die Kamera direkt an? Die ist hier, die ist hier. Mach, mach, ich zeig dir weg. Patricia Martinez, bist du hier? Gott, Alter, ich heiße mich gleich ein. Frag, ob sie mit dir sprechen kann. Ja. Die ist bei mir. Bist du hier? Ja, away. Eben kam away. Klang wie ein Mann. Oh mein Gott. Warte, ich frag was. Wie alt bist du? Der sagt, go away. Frag mal, ob wir gehen sollen. Oh, du bist bei 27%. Sollen wir gehen? Hell. Hell, glaube ich. Kannst du mich hören? Close. Close. Oh Gott, er sagt close. Ich geh da mal raus. Aber das klang echt wie ein Mann und nicht wie eine Frau. What the fuck? Die Räucherstäbchen in der Hand, falls er kommt. Ich hau das Ding ins Gesicht. Oh Gott, da ist sie. Da ist ein Kind oder so. Lauf. Mach deine Räucherstäbchen an. Die hab ich schon weg gemacht. Ihr müsst leise sein. Patricia Martinez. Patricia Martinez. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Öffne die Tür. Oh Gott. Die kommt. Lauf. Die kommt. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Die hat mich. Oh mein Gott, die hat mich. Warte, die geht weg. Die hat mich gefressen. Was soll das hier übertreiben? Patricia Martinez. Adam.